Okay, wo sind die ganzen Ge... Achso. Ich muss wirklich in Deckung gehen. Kein Bock zu sterben. Oh oh. Oh oh. Das hab ich kommen sehen. Und die Musik. So. SV League wählt für mich bessere Musik aus. Was zum... Oh oh. Oh oh. 1 AP, 1 AP. Dringend in Deckung. Kann ich die erwischen? Eventuell. Oh, natürlich hauen alle ab, bevor ich irgendwas machen kann. Ist der tot? Nein, der ist nicht tot. Aber gleich. Jetzt. Ich sollte nämlich blind hinterher rennen. Äh. Oh, das wird schwer bei... Bei einem Gatebreaker und beim Sigma. Oh oh. Ach, das war... Naah. Oh. Delay, delay. Nein. Falsch, falsch, falsch. Ah, Glück gehabt. Schon gedacht. Sag mal. Geh mir nicht auf die Nüsse. Nein. Wow. Äh, der lebt immer noch, glaube ich, oder? Tatsächlich. Ähm, wo ist er? Ich glaube, der ist tot, oder? Ja, der ist, glaube ich, tot. Und mein Revenge kam nicht schnell genug. Ah, ups. Nein, 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 nein. Uh, Gegner. Uh, 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 uh. Ah, scheiße, nicht geschafft. Und dich pinne ich jetzt mal sowas von gegen die Wand. So was von hier überhaupt nicht. Uh, 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 uh. Ah, wieso hab ich nicht getroffen? Scheiß Zaun. Du gehörst mich. Oh, dieser scheiß Zaun. Oh, oh, den hab ich erwischt. Oh, oh. Oh, 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 Sigma. Bäh. Ups. Uh, wenn ich jetzt noch den zweiten erwische, komm, 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 komm. Nein. Ah, mein, mein Recover war sowas von schlecht. Du gehörst mir. Oh, ich kann dich sehen. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Hey, du. Ah, der greift einfach einen anderen an. Was ist das? Oh, der ist schon tot. Ah. Bei der... Nein, nicht bei der... Scheiße. Ah. Da hab ich auch nicht zusliden gesehen. Das erschreckt mich immer so sehr. Ach, mein armes Herz. Warum hab ich den jetzt... Ups. Ha, erwischt. Okay, äh. Wir liegen in Führung. Wer ist erster? Ich nicht. Ich hab nicht mal eine KD von 1. Wow. Wenn ich mal nicht aufpasse, dann mach ich so einen schlechten Job. Das ist manchmal so wirklich unvergleichlich. Ah, so wie jetzt gerade. Ah. Ich weiß ganz genau, was er macht und ich muss abbauen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Au. Ach, du Scheiße. Ganz ehrlich. Ähm. Die Playlist ist mehr als 100 Lieder lang. Und Mr. Winamp versucht mir gerade weiß zu machen. Ich hätte nur 5 Titel drin. Jedenfalls gefühlte. Boah, diese Maus ist einfach so geschmeidig. Was mich daran erinnern sollte, geschmeidig zu bleiben, wenn ihr versteht. Das war jetzt keine Anspielung daraus, Sex zu haben. Das war ja eigentlich eine Anspielung auf eine Serie. Boah, diese Däsche sind manchmal sowas von behindert. Okay, bekommen wir den? Nein, den bekommen wir nicht. Da machen wir uns erst gar keine Mühe. What? What? Kommst du? Äh. Wow, 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 wow. Das war es jetzt übrigens wert. Meine sehr fährten Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war es jetzt sowas von fucking wert. Naja, eigentlich nicht. Es sind noch zwei Kills. Komme ich vielleicht den letzten hin? Und werde dann wie ein COD den letzten Kill angezeigt bekommen. Oh oh. Weg hier. Komm, komm. Äh. Ich hätte fast sogar unser Team zum Loose verleitet. Äh. Na gut, ein OS-Match wird noch gehen. Warum denke ich eigentlich immer daran, äh, Repair zu drücken? Ehehehe. Ups. Holy shh. Wie sie beide rausgehen. Ehehehe. Aber naja, gut. Das soll mich nicht groß stören. Ähm. Problem ist. Ich könnte doch theoretisch einfach nur nach einem OS-Raum suchen. Oh wow, das sind aber heute viele. Wirklich extrem viele. Vor allem welche, die offen sind. Äh. No Spam. No LW. Was ist ein LW? Ich glaube, das ist langweilig. Achso. Kein langweilig. Ah, ja. Schon klar. Alles klar. Klanschill. Trollololololol. Suche Freundin. Ah ja, okay, alles klar. Killen. Dann, äh, verziehe ich mich hier nochmal für einmal in den Amateur-Channel. Und ich weiß, das wird wahrscheinlich, äh, so spaßig wie, wie Gras beim Raxen zuzusehen. Aber bitte, wenn hier keine offenen Räume sind. Und ich weiß, das ist gut. gesprähe fingers. Ich weiß, das ist gut. Ich weiß, das ist gut. Vielen Dank.